Über alle Meere herrscht das britische Weltreich, die größte Seemacht aller Zeiten. Seine Königin, Queen Victoria, ist die mächtigste Frau der Weltgeschichte. Sie regiert 63 Jahre lang. Ihr Reich ist geboren aus Kampf- und Waffengewalt. Eine Geschichte von Abenteurern, Seefahrern und großen Schlachten. Stolze Königinnen kämpfen um die Weltmacht. Alles begann auf hoher See. Do you speak English? Sprechen Sie Englisch? Natürlich sprechen Sie Englisch. Wir alle sprechen Englisch, andauernd. Längst sind englische Worte in unsere Sprache eingesickert. Überall auf der Welt ist das so. Der Grund dafür liegt in der Geschichte. Einst regierten die Briten fast die ganze Welt. Und das ist noch gar nicht lange her. Keine 100 Jahre. Das britische Empire war das größte Weltreich, das unsere Erde je gesehen hat. Fast 400 Jahre lang ist dieser Koloss gewachsen und gewachsen. Aus bescheidenen Anfängen. Man muss sich das ja mal vorstellen. Ein Fünftel der gesamten Landmasse unseres Planeten war vor 100 Jahren in britischer Hand. Und der englische Way of Life prägte das Leben auf allen Kontinenten. Die englische Sprache wurde unsere Weltsprache. Die Engländer drückten wie kein anderes Volk der Erde einen Stempel auf. Und eine Reise durch das britische Empire ist wie eine Reise durch die ganze Welt. Man kann den Sonnenaufgang in Indien erleben, in den Weiten des britischen Weltreichs mit seinen vielen Völkern. Man kann endlose Wüsten durchqueren und in Jordanien der Wüstenpatrouille ihrer Majestät begegnen. In Nigeria kann man den Tänzern bei ihren traditionellen Zeremonien zusehen. Oder man kann mit dem Luxusdampfer im malerischen Hafen von Kapstadt einlaufen. Auf der anderen Seite der Erde, in den weiten Kanadas, ziehen Büffelherden durch die Grassteppe und die Ureinwohner leben ihre Tradition. In Malaysia filmt 1910 die Kamera koloniales Leben. Nie verlässt man britischen Boden. Und überall ziehen Eisenbahnen ihre Spuren, bis hinauf auf die steilen Hänge des Himalaya. Über alle Kontinente spannen sich Telegrafenkabel, wie Lebensadern des Empire. Schon 1870 wird ein Unterseekabel zwischen Indien und England verlegt, Symbol technologischer Überlegenheit. Das britische Weltreich war wirklich global. Es überspannte Kulturen und Kontinente. Es konnte so groß werden, weil es nicht nur negativ auf die Untertanen wirkte. Es brachte Modernisierung, Bildung, Transport, Telegrafennetze. Das waren die sichtbaren Spuren des British Empire. Das Machtzentrum des Reiches ist London, damals die modernste Stadt der Welt. Um das Jahr 1900 bevölkern 5,5 Millionen Menschen die Straßen dieser globalen Metropole. Das Parlamentsgebäude mit seinem Victoria Tower thront über der Stadt. Im Zentrum der Macht marschieren die königlichen Wachen. Buckingham Palace, ein Schloss mit 775 Räumen, ist der königliche Hauptpalast. Ausgestattet mit Prunk und Pracht des ganzen Weltreichs. Über das alles herrscht Queen Victoria. 63 Jahre lang, von 1837 bis 1901. Sie prägt eine ganze Epoche. Eine der mächtigsten Frauen der Geschichte. Sie beherrscht aus dem Kreis ihrer Familie ein Weltreich. Ihren Kindern ist sie eine zugeneigte Mutter. Und auch die Untertanen des Empire betrachtet sie als ihre Kinder. Ihre Untertanen erwidern die Zuneigung. Die Fotos der idyllischen Familienwelt hängen an vielen Wänden. Alle jubeln, als die Königin 1897 durch die Straßen ihrer Hauptstadt fährt. Solange sie lebt, steht Queen Victoria außerhalb jeder Kritik. Das Familienidyll kommt gut an. Queen Victoria ist sozusagen die Mutter vieler Nationen. Man setzt sich auch so in Szene. Aber in Wirklichkeit ist sie eine Frau voller Widersprüche. Queen Victoria gibt zwar in der Männerwelt den Thron an. Aber die zarten Anfänge der Emanzipationsbewegung nennt sie eine verrückte, sündhafte Narretai. Frauen, sagt sie, werden zu herzlosen und abstoßenden Geschöpfen, wenn man ihnen erlaubt, ihr Geschlecht zu verleugnen. Aber es ist gerade das britische Empire, das starken Frauen so viel verdankt. Ja, schon ganz am Anfang britischer Weltherrschaft steht eine Frau. Diese. Elisabeth I., die jungfräuliche Königin, die sie sich selbst nennt. Sie will vor allem herrschen. Und diesem Ziel ordnet sie alles unter. Liebe, Glück, ihr ganzes Leben. 45 Jahre lang regiert sie mit eiserner Hand. Ihr Reich ist eine verregnete Insel am Rande Europas. Diese Lage im Abseits hat nur einen einzigen Vorteil. Es zwingt die Menschen aufs Meer hinaus und macht sie zu geschickten Seefahrern. Und auf dem Meer entscheidet sich im 16. Jahrhundert alles. Aufstieg oder Niedergang. Sommer 1588. Eine gewaltige spanische Flotte hält auf die englische Küste zu. Queen Elisabeth I. Die erste inspiziert im englischen Tilbury ihr letztes Aufgebot. Wird die Königin triumphieren? Oder geht das britische Königreich mit ihr unter? Wie sollen diese wenigen Soldaten den 27.000 Mann an Bord der spanischen Schiffe widerstehen? Für die Königin gibt es nur noch den Sieg zur See, sonst wird sie selbst auf dem Scheiterhaufen der Spanier enden. Königin Elisabeth I. ist die Symbolfigur für die Anfänge des britischen Weltreichs. Man denke nur an ihre Rede, als die spanische Flotte kurz vor der englischen Küste steht. Sie sagt, ich weiß, dass ich den Leib eines schwachen Weibes habe. Aber ich habe auch das mutige Herz eines Königs von England. Es ist eine unglaubliche Rede. Sie ist kurz davor, alles zu verlieren. Und trotzdem gibt sie allen Hoffnung. Im Herzen des Feindes verfügt die englische Krone über eine Geheimwaffe. Spionage. Anthony Stenden ist einer der Elite-Spione im Dienst ihrer Majestät. Unter falscher Identität hat er ein Agentennetz aufgebaut. Mit Geld und guten Worten beschafft er die Staatsgeheimnisse der spanischen Krone. In den Lagern des britischen Nationalarchivs, in den Kilometern von Akten aus den Jahrhunderten britischer Geschichte, sind die Spuren seiner Arbeit bis heute erhalten. Aidan Laws, Spezialist für diese Akten, wird im Archivverzeichnis fündig. Eine Nachricht von Anthony Stenden, unter seinem Decknamen Pompeo Pellegrini. Anthony Stenden, der sich Pompeo Pellegrini nannte, gelang es, einen Spion in den Haushalt des spanischen Oberbefehlshabers, des Marqués von Santa Cruz, einzuschleusen. Diese geheimen Informationen waren natürlich extrem wichtig. In Codeschrift schickt der Agent seine Erkenntnisse nach England. Und er unterzeichnet selbst mit seinem Decknamen. Pompeo Pellegrini. Die Spione in britischen Diensten sind die Ahnherren aller modernen Geheimagenten. Männer wie Anthony Stenden haben jene Methoden entwickelt und perfektioniert, die Spione noch jahrhundertelang anwenden. Ihre geheimen Nachrichten schreiben sie mit unsichtbarer Tinte aus verschiedenen Chemikalien. Jeder Fehler könnte Anthony Stenden das Leben kosten. Sichtbar werden seine Nachrichten für den Empfänger erst durch Hitze oder geheime Reagenzien. Nur die Zentrale in London soll die Briefe entziffern können, deren Inhalt über den Fortbestand des englischen Königreichs entscheiden könnte. Anthony Stenden benutzt ausgeklügelte Zahlen- oder Buchstabencodes, lesbar gemacht, mit Schablonen oder Codelisten. Mithilfe dieser Informationen planen die Engländer den Angriff auf die spanische Flotte, bevor sie England erreicht. Mit dem Mut der Verzweiflung greifen sie an. Den Untergang der spanischen Armada aber besiegelt das stürmische Wetter. Ich habe meine Flotte zum Kampf gegen die Engländer ausgesandt, nicht gegen Naturgewalten, sagt der spanische König. Die Armada geht unter und mit ihr die letzte Hoffnung Spaniens, den Konkurrenten England zu entmachten. Man darf nicht vergessen, dass die spanische Armada nicht von der kleinen britischen Flotte besiegt wurde, sondern vom Wetter. Und man sollte auch nicht vergessen, dass die Briten diesen Angriff provoziert hatten, weil sie systematisch die spanischen Schätze geplündert hatten. Elizabeth I. verfolgt eine gefährliche Strategie. Lange vor dem Angriff der Spanier verleiht sie wagemutigen britischen Kapitänen sogenannte KAPA-Lizenzen. Der Knappheit der eigenen Staatskasse will sie mit Raub und Plünderung begegnen. Mit den königlichen Dekreten können die Freibeuter schiffefeindlicher Nationen überfallen, für Ruhm und Gewinn der englischen Krone. Die Kapitäne und ihre verschworenen Mannschaften überwinden tausende Kilometer auf offener See. Auf kleinen, aber stabilen Schiffen folgen sie den Spuren der spanischen Schätze bis an die Küsten Amerikas, unter dem Kommando legendärer Kapitäne, wie Francis Drake. Nach oft jahrelanger KAPA-Fahrt greifen die Engländer, hochgerüstet mit den modernsten Waffen ihrer Zeit, sogar spanische Festungen an. Die großen Seefahrer und Entdecker von königlichen Gnaden haben ihr Geld mit Piraterie und Sklavenhandel verdient. Sie haben Sklaven in Afrika gekauft und mit großem Profit an die spanischen Kolonien verkauft. Man kann sagen, das gesamte britische Nationaleinkommen beruhte damals auf Seeräuberei und Sklavenhandel. Es sind die Schätze Spaniens, die britische Seefahrer erbeuten wollen. Erst 1492 ist Christoph Kolumbus an der Küste Amerikas gelandet. Seitdem hat die spanische Krone ihre Herrschaft über Süd- und Mittelamerika immer weiter ausgedehnt. In zahllosen Gefechten haben sich die Eroberer gegen die einheimischen Herrscher vorangekämpft. Ihr Ziel sind scheinbar unerschöpfliche Schätze an Gold und Silber. Im Frühjahr 1577 bahnt sich in Panama eine spanische Schatzkarawane mühsam ihren Weg. Aus dem Unterholz beobachten sie die Männer des englischen Freibeuters Francis Drake. Er will mit seiner Mannschaft die Karawane überfallen. Drake und seine Männer setzen alles auf eine Karte. Der überraschende Angriff gelingt, Drake siegt und entkommt mit einer halben Tonne Gold für sich und seine Königin. Abenteuerlust, Beutegier, Machthunger, das sind gängige Motive, um den heimatlichen Boden mit Schiffsblanken zu vertauschen. Aber es gibt auch andere Gründe. Interesse an anderen Kulturen, wissenschaftliche Neugier oder die Verwirklichung der eigenen religiösen Überzeugung in einem Land, wo das möglich ist. Viele britische Siedler in Amerika waren solche Leute. Gläubige Christen, Reformatoren, die sich den Regeln der englischen Staatskirche widersetzten. Für sie war Amerika das gelobte Land. Diese Menschen hatten ganz andere Ziele als die Freibeuter der Meere. Ihnen ging es vor allem um Freiheit des Glaubens. 150 Jahre später, als sich die Amerikaner von England unabhängig machen, haben sie diese politische Sehnsucht ganz ausdrücklich formuliert. Life, Liberty and the Pursuit of Happiness. Leben, Freiheit und das Streben nach Glück, das sind die Grundrechte des Amerikaners. Es ist ein primitives, gefährliches Leben in einer feindlichen Umwelt. Die wenigen britischen Siedler fristen in den unendlichen weiten Nordamerikas eine karge Existenz. Aber sie bewahren ihre Hoffnung auch unter den widrigsten Umständen. Trotz aller Gefahren wächst die Zahl der Menschen, die aus England, Irland und Schottland in das neu entdeckte Land ziehen. Ein ganzer Kontinent. Eine ganze neue Welt scheint ihnen offen zu stehen. Als die Briten Nordamerika erreichten, war der Kontinent nicht mehr leer. Franzosen waren schon da, auch Spanier. Und die große einheimische Bevölkerung, die man Indianer nannt. Die Engländer kamen mit Kanonen und Gewehren, bauten sich vor es. Die sogenannten Indianer konnten da militärisch nicht mithalten. Trotzdem waren die Briten in einer kritischen Lage. Und es war nicht klar, ob sie gewinnen würden. Die britischen Kolonien Nordamerikas werden ein überraschender Erfolg. In wenigen Jahrzehnten setzen sie sich gegen alle Widerstände durch. Die Siedlungen wachsen und gedeihen. Handwerker und Händler lassen sich nieder und gehen erfolgreich ihren Geschäften nach. Endlich können die Siedler den Erfolg ihrer Arbeit spüren. Immer mehr Menschen wollen auf dem neuen Kontinent ihr Glück machen. 1760 sind es schon mehr als eineinhalb Millionen. Aber harte Steuern und die Abhängigkeit vom weit entfernten England bedrücken sie. Für die britische Kolonialherrschaft wird ihr Erfolg der Anfang vom Ende sein. Der große Erfolg der britischen Kolonien in Nordamerika führte zu einem politischen Dilemma. Die Siedler fragten sich, warum sollen wir Steuern bezahlen für ein Vaterland auf der anderen Seite des Atlantiks? Sie hatten doch das Gefühl, von Gott auserwählt worden zu sein. So begann der Aufstand gegen die ehemalige Heimat. Und bald wurde der Aufstand zur Revolution. 1768. Aufstände gegen neue Steuern erschüttern Boston, eine der großen Handelsstädte an der amerikanischen Ostküste. Die Siedler errichten Straßensperren und verbrennen britische Waren. Die Unruhen greifen bald um sich. Britische Truppen sollen sie niederschlagen. Die Siedler greifen zu den Waffen. 13 Jahre lang tobt ein blutiger Unabhängigkeitskrieg. Amerikanische Siedler gegen britische Truppen. Dann siegen die amerikanischen Kolonien über England und gewinnen ihre Freiheit. Freiheit und das Streben nach Glück. Den amerikanischen Traum hat man auch in Erz gegossen. Am Hafen von New York steht da die Freiheitsstaat. Das berühmteste Wahrzeichen der neuen Welt. Über Nacht hat sich die britische Kolonie in einen eigenständigen Staat verwandelt. Ein bitterer Verlust für die englische Krone. Aber manchmal kann ein Verlust auch ein Gewinn sein. Schon bald macht der Warenverkehr nach Nordamerika ein Drittel des englischen Außenhandels aus. Um Profit zu machen, muss man gar nicht das Land beherrschen, sondern die Handelsrouten. Britannia rules the waves. Britannien beherrscht die Wellen. Das ist der eigentliche Schlüssel zum Erfolg der britischen Weltherrschaft. Im frühen 19. Jahrhundert wird sich das Schicksal des britischen Weltreichs noch einmal auf hoher See entscheiden. Admiral Horatio Nelson ist der begabteste Kommandeur der britischen Marine. Im Sommer 1805 hat er eine seltsame Vorahnung. Ich hoffe, ich werde die Erwartungen meines Landes erfüllen, schreibt er. Und wenn es Gott gefällt, dass dabei meine Tage auf Erden gezählt sind, so geschehe sein Wille. Amen. Sein Feind ist Napoleon, der französische Kaiser. Seine Truppen haben schon ganz Europa bis Spanien überrannt. Nun will er mit einer mächtigen Flotte auch England besiegen. Nelson war von seinem Charakter her ein aggressiver Kämpfer. Er hasste die Franzosen. Das gab er auch immer wieder zum Ausdruck. Und sein Ziel war es, die spanische und französische Seemacht ein für alle Mal zu zerschlagen. Nelson will Napoleon auf See schlagen. Seine Waffe ist das Ship of the Line, die damals größte von Menschen gebaute Maschine aller Zeiten. Sein Flaggschiff Victory ist der Stolz der britischen Marine. 70 Meter lang und 15 Meter breit, mit mehr als 3000 Tonnen Wasserverdrängung, 5500 Quadratmeter Segelfläche und auf drei Decks mehr als 100 Kanonen. In der Literatur liest man vielfach, dass die französischen Schiffe besser konstruiert gewesen seien, damit schneller als die englischen. Das stimmt nur bedingt. Die Grundkonstruktion aller Schiffe der damaligen Zeit war im Prinzip die gleiche. Im Wesentlichen war der Qualitätsunterschied nicht das Schiff, sondern die Besatzung, eben die Seemannschaft. Und da waren die Engländer schlicht und einfach durch ihre Erfahrung führend. London nach dem Jahr 1800. Nur die Flotte kann Großbritannien jetzt noch vor der Invasion durch die Truppen Napoleons retten, die bereits weite Teile Kontinentaleuropas erobert haben. Admiral Horatio Nelson hat sein ganzes Leben in den Dienst der Navy gestellt. Jetzt ist er bereit für die Schicksalsschlacht, selbst wenn sie ihn das Leben kosten sollte. Nelson ist nach vielen Gefechten auf einem Auge blind. Sein rechter Arm musste nach einem Durchschuss amputiert werden. Ein schmaler, kranker Mann und doch die größte Hoffnung Englands. In der Admiralität ist Nelson dafür bekannt, alle Beschlüsse und Vorschriften über Bord zu werfen, wenn es ihm in der Schlacht nötig erscheint. Sein unbedingter Wille hat ihm schon in aussichtslosen Situationen den Sieg gebracht. Unter Nelsons Führung wird die britische Marine 1805 die entscheidende Seeschlacht gegen Napoleons Flotte führen. Sie wird vor der spanischen Küste bei Cap Trafalgar über die Herrschaft auf den Weltmeeren entscheiden. Hätten die Briten bei Trafalgar gegen die napoleonische Flotte verloren, wäre wohl eine Invasion Englands die Folge gewesen. Dass diese Katastrophe nicht geschieht, ist dem Genie Nelsons und dem Kampfesmut seiner Männer zu verdanken. Man schreibt den 21. Oktober 1805. Es ist eine gewaltige Schlacht. 70 große Kriegsschiffe treffen im Kampf aufeinander. Aus 2148 Geschützen lassen die Briten einen Feuersturm auf ihre Gegner niedergehen. Die napoleonische Flotte sieht sich bald in einen erbitterten Nahkampf verwickelt. Sie kann der disziplinierten britischen Artillerie nicht standhalten. Die Folgen des stundenlangen Beschusses sind furchtbar. Die englischen Geschosse flogen der Länge nach durch die Schiffe, rissen Kanonen um, töteten und verwundeten Männer. Und vor allem sie rissen zahllose Splitter los, die wie Speere durch die Luft fliegen. Auf einigen Schiffen gab es durch eine solche Breitseite bis zu 400 Tote mit einem Schlag. In dieser Schlacht zeigt Nelson sein einzigartiges Genie. Er teilt seine Schiffe in zwei Schlachtlinien auf, gegen alle Traditionen der Seekriegsführung. An zwei Punkten gleichzeitig treffen jetzt seine Schiffe auf die Flotte Napoleons, die vorschriftsgemäß in einer langen Linie in die Schlacht zieht. Nelsons Schiffe fahren mitten in die französische Flotte hinein und nehmen sie so von allen Seiten unter Feuer. Zehn Stunden dauert das nachfolgende Gemetzel, der erbitterte Älterkampf. 1.600 Tote auf britischer Seite und zehnmal so viele auf Seiten der Franzosen und Spanien. Ein hoher Blutzoll steht am Beginn von Großbritanniens unangefochtener Weltherrschaft. Hat es sich gelohnt? Hat es sich für ihn gelohnt? Seinen triumphalen Sieg hat Admiral Nelson nicht überlebt. Die Kugel eines französischen Scharfschützen hat ihn tödlich verwundert. Ein Sieger, gewiss, aber ein Sterbender. Während der Pulverdampf noch über die Schiffe zieht, stirbt laut Nelson den Armen seiner Offiziere. Seinen Leichnam wird man in einem solchen Ruhmfass konservieren und ihn als Retter Englands zurück in die Heimat bringen. 1.600 Tote Briten, das war der Preis für die Beseitigung des einzigen ernsthaften Konkurrenten um die Weltherrschaft, Napoleon. Während des ganzen Jahrhunderts danach kann England ungestört sein gewaltiges Kolonialreich ausbauen. Divide et Impera, Teile und Herrsche. Eine Grundregel, die sich die Briten von den alten Römern abgeschaut haben. Dieser seltene Farbfilm zeigt den Alltag einer längst vergangenen Epoche. Aufnahmen aus der britischen Kolonie Indien. Kaum zu glauben. Aber tatsächlich gab es in ganz Indien nur etwa 1.000 britische Beamte. Und etwa 70.000 Soldaten. Sie beherrschten und verwalteten ein Land von mehr als 250 Millionen Einwohnern. Modernste Verwaltung neben Jahrtausende alter Tradition. Ein einfacher, aber äußerst wirkungsvoller Trick. Die Briten beherrschten das Land mit Hilfe der Beherrschten. Bombay im Jahre 1700. In der Niederlassung der berühmten East India Company handeln britische Kaufleute mit den Reichtümern Indien zu. Mehr als 7.000 Kilometer von England entfernt ist ihnen der hohe Gewinn ihrer Geschäfte jede Mühe wert. Kostbare Stoffe, Tee und Gewürze, das sind die Reichtümer Indiens. In Europa werden sie mit Gold aufgewogen. Auf der Suche nach den Schätzen Asiens hat längst ein Wettrennen der europäischen Reichte begonnen. 200 Jahre zuvor haben die Portugiesen den Seeweg geöffnet. Und seit 100 Jahren halten holländische Kaufleute das Handelsmonopol in diesen Breiten. In zahlreichen Gefechten werden die Briten ihre Konkurrenten besiegen. Bald wird ihnen der ganze indische Subkontinent gehören. Von der Küste bis an die schneebedeckten Hänge des Himalaya. Die britische Eroberung Indiens wäre ohne die Mitwirkung der einheimischen Herrscher nicht denkbar gewesen. Die Briten haben sich heimlich still und leise in den Kontinent hineingeschlichen. Sie haben die einheimischen Fürsten benutzt, gegeneinander ausgespielt, bis dann die letzte verbliebene Macht, die der Briten selber war. Mehr als 600 Fürstenstaaten bestehen in Indien unter britischer Herrschaft. Den Rajas, Nawabs und all den anderen Herrschern, die sie regieren, trägt das Bündnis mit den Briten sagenhaften Reichtum ein. Ein seltener Farbfilm gedreht um 1940. Bilder wie aus einer anderen Welt. Die Krönungszeremonie für einen jungen Maharaja. Politisch wird er keinen Einfluss auf die Geschicke Indiens oder seines eigenen Staates nehmen können. All der Prunk ist nur noch Fassade einer längst ausgehüllten Macht. Die Herrscher selbst sorgen aus Eigennutz dafür, dass die Macht der Briten über ihre Länder erhalten bleibt. Nur so können sie ihren Status und ihre Reichtümer bewahren. Die wahren Machthaber im Land sind die britischen Offiziere und Beamten. Sie lassen ihre indischen Untertanen gewähren, solange sie sich der britischen Herrschaft nicht widersetzen. Inder können zur Zeit der Königin Victoria wichtige Ämter einnehmen. Aber die wesentlichen Entscheidungen werden im kleinen Kreis der Kolonialverwaltung entschieden. In der Hauptstadt Delhi baut sich die britische Verwaltung ein imposantes Regierungszentrum. Scheinbar für die Ewigkeit. Aber auch dieses neue Rom ist gefährdet. Es ist erstaunlich, dass so wenige Briten überhaupt so viele Inder regieren konnten. Es gab immer die Angst, dass sich die Untertanen plötzlich gegen ihre Beherrscher erheben würden, während der ganzen Regierungszeit von Queen Victoria. Indien bleibt den Briten immer fremd. Und das ist ein Rätsel. Hinter der scheinbaren Ruhe, hinter jahrtausendealten Traditionen, vermuten die Kolonialherren ein Pulverfass kurz vor der Explosion. 1857. Ein plötzlicher Aufstand erschüttert die Kolonie. Indische Soldaten in britischen Diensten greifen die Kolonialherren an. Die blutigen Gefechte und Massaker halten ein Jahr an. Nur mit äußerster Gewalt können die Briten den Aufstand niederschlagen. Die Kulturnation bestrafte die Aufständischen barbarisch. Er hängt, zu Tode gepeitscht oder vor Kanonen gebunden. Es ist erschütternd, wie selbstverständlich brutalste Gewalt gegen fremde Völker ausgeübt worden ist. Im Namen des Kolonialismus. Ohne jedes Unrechtsgefühl stürzen sich die Kolonialmächte auf alles, was Gewinn verspricht. Oft noch unter dem Deckmantel des Fortschritts. Mitte des 19. Jahrhunderts wird neues Terrain ausgemacht, über das sogleich die Kolonialmächte herfallen. Afrika. Die Eingeborenen haben gegen die weißen Eindringlinge nicht die geringste Chance. Das ist das britische Maschinengewehr. Symbol eines Kampfes mit ungleichen Mitteln. In einem populären Lied, jener Jahre, heißt es zynisch, We have one, they have none. Wir haben eins, die haben keins. 500 Schuss pro Minute auf einen Gegner, der mit Schwertern oder Speeren angreift. Sicher, man kann damit Schlachten gewinnen. Aber Herzen keine. 1898. Sudan. Britische Soldaten am Maschinengewehr. In dieser Schlacht an den Grenzen des Empire lassen 400 Briten ihr Leben. Und fast 10.000 Aufständische sterben vor den überlegenen britischen Waffen. Der Beginn einer verhängnisvollen Entwicklung. Weit entfernt von den Schlachtfeldern kolonialer Kriege liegt das Lieblingsschloss von Queen Victoria auf der idyllischen Isle of Wight. Osborne House ist ein friedlicher Familiensitz. Während der 60-jährigen Herrschaft der Königin verändert sich dort wenig, obwohl doch draußen die ganze Welt in Bewegung ist. Die Queen selbst sitzt jeden Tag an ihrem Schreibtisch und widmet sich den Herausforderungen. des ganzen Weltreichs. Porträts und Fotos erinnern sie an ihre Familie. Um ihre neuen Kinder kümmert sie sich ungewöhnlich liebevoll. Noch heute zeugen davon die Kinderzimmer des Palastes. Queen Victoria war eine treusorgende, aber auch eine schwierige, seltsame Mütze. Sie sah auch alle ihre Untertanen als ihre Kinder an, deren Leben sie verbessern wollte, unabhängig von Hautfarbe, Rasse oder Glauben. Nur wollten die Menschen vielleicht etwas ganz anderes, als von ihr gebessert zu werden. Aus den Salons ihrer Paläste verfolgt die Königin das stete Wachstum ihres Weltreichs. Von der Macht, den politischen Entscheidungen, hat sie sich immer mehr zurückgezogen. London und Buckingham Palace sucht sie nur noch ungern und selten auf. Ihre Minister und Berater entscheiden für sie über Krieg und Frieden, über Eroberungen und Kolonien und über die Zukunft eines gigantischen Imperiums. Das British Empire erstreckt sich von den Fluten des Ganges bis zu den Wasserfällen Neuseelands. Von den unberührten weiten Australiens bis zu den schneebedeckten Gipfeln der Rocky Mountains. Überall stehen königliche Truppen, Garanten der Weltmacht. Fast 100 Länder, Protektorate und Gebiete umfasst das britische Weltreich auf dem Höhepunkt seiner Macht. Nur noch ein Kontinent Fehler auf der Landkarte der Eroberungen, schildern die Minister ihrer Königin. Afrika. Mit Zustimmung der Queen wird es das letzte Ziel britischer Expansion. Damals wie heute widmet sich in London die Royal Geographical Society den letzten unzugänglichen Regionen der Erde. Im Map Room, dem Kartenraum, zeigen alte Landkarten, wie der Weg nach Afrika begann. Um die Mitte des 19. Jahrhunderts ist das Innere von Afrika nur ein weißer Fleck. Afrika, der letzte unbekannte Kontinent auf dem Globus. Berichte aus alten Zeiten erzählen von mächtigen Königen, von fremden Kulturen und sagenhaften Reichtümern. Das weckt die Begehrlichkeit vieler Menschen und Mächte in Europa. Afrika war der Traum jedes Kolonialisten. Ein leerer Kontinent für jeden, der wagemutig oder dumm genug war, um dorthin zu gehen. Aber natürlich gab es eine einheimische Bevölkerung in Afrika, die weder entdeckt noch Teil eines britischen Empires werden wollte. Um 1850 stellen immer neue Entdecker in London ihre Pläne vor und skizzieren neue Routen durch unbekanntes Terrain. Es werden Reisen wie im Fiebertraum. Und viele werden nicht von ihnen zurückkehren. Jene, die es schaffen, erzählen von ihren unglaublichen Erlebnissen in der Einsamkeit. Bis heute haben diese Männer im Auftrag der englischen Krone das Bild von Afrika geprägt. Bald zeigen die Karten viele Wege, gebahnt von britischen Abenteurern. In wenigen Jahrzehnten haben die europäischen Mächte den ganzen Kontinent unter sich aufgeteilt. Ohne Rücksicht auf die Bewohner ziehen sie immer neue Grenzen. Auch in Afrika sichern bald britische Truppen ihr neues Herrschaftsgebiet. Ihr Weg führt bis in die entlegensten Gebiete des Regenwaldes. Wird man diesen Kontinent je beherrschen können? In ihrem Rücken macht sich die Kolonialverwaltung daran, Afrikaner nach britischem Vorbild auszubilden. Afrika soll zu einer Kopie Europas werden. Die Briten sind nicht die schlimmste Kolonialmacht. Aber aus dem verordneten Leben unter ihrer Herrschaft werden sich erste Aufstände ergeben. Die Aufstände der Einheimischen gegen die europäischen Kolonisatoren ergaben sich im Grunde aus einem inneren Widerspruch der ganzen Kolonialpolitik. Und dieser Widerspruch bestand eben darin, dass auf der einen Seite man versucht hat, europäische Wirtschaftsformen dort einzuführen, aber auf der anderen Seite nicht verhindern konnte, dass auch europäische Ideen Einklang und Eingang fanden in diese Länder. Und diese europäischen Ideen waren geprägt durch die Aufklärung, waren geprägt durch die französische Revolution und impliziert natürlich Demokratie, Gleichheit und Freiheit, letzten Endes nationale Selbstständigkeit. Zu Beginn des neuen 20. Jahrhunderts flammt der Widerstand gegen die britische Kolonialherrschaft auf. An vielen Orten des Imperiums zur selben Zeit. Einfach niederknüppeln kann die Kolonialmacht die Menschen nicht. Das widerspricht ihren eigenen Prinzipien. Vorbild des Widerstands überall im British Empire wird der indische Freiheitskämpfer Mahatma Gandhi. Mit gewaltlosen Mitteln kämpft er für die Freiheit seines Volkes. Aber erst 1947 wird Indien unabhängig. Queen Victoria muss den Untergang ihres Weltreichs nicht mehr erleben. Sie stirbt 1901, im Alter von 81 Jahren, auf dem Höhepunkt britischer Macht. Längst ist sie zum Symbol einer ganzen Epoche geworden. Man nennt es das viktorianische Zeitalter. Ihr Tod wird nicht den Kollaps des größten Weltreichs der Geschichte bedeuten, aber den Beginn eines langsamen Niedergangs. Das Empire ist an seiner Größe gescheitert und an den Prinzipien seiner Königin. Es ist schon eine Ironie der Geschichte. Gandhi war erzogen an einer britischen Schule, hatte in London Jura studiert und war ein erfolgreiches Produkt der englischen Kultur. So erfolgreich, dass er alles, was er in England über Menschenrechte gelernt hatte, auch für sein Heimatland in Anspruch nahm. So geht das britische Weltreich sozusagen an seinen eigenen Qualitäten zugrunde. Die zwei großen Weltkriege haben dann noch ihr Übriges getan. Sie haben die politische Landkarte so umgebaut, dass für ein britisches Weltreich kein Platz mehr war. Die Briten selbst haben die Zeichnerzeit erkannt. Nach und nach haben sie alle ihre Kolonien in die Unabhängigkeit entlassen. Aber die Wunden, die der Kolonialismus schlug, vernarben langsam. Viele Länder tragen bis heute schwer an diesem Erbe. Der Kolonialismus ist überwunden, seine Folgen aber noch lange nicht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017